Die Unfallkasse Hessen präsentiert Ballsport aber sicher Übungen für Gruppen 8. Ballfangen ohne Sicht Beim Ballfangen ohne Sicht wird der Ball dem Mitspieler gepasst, ohne dass dieser den Ball sieht. Wie funktioniert das Ballfangen ohne Sicht? Zwei Spieler stehen sich gegenüber. Der eine Spieler steht mit dem Rücken in Richtung des Mitspielers. Der andere Spieler hält einen Ball in der Hand. Der Ballhaltende wirft nun in hohem Bogen seinen Ball in Richtung des Mitspielers. Der Fänger erläuft den Ball und fängt ihn. Bei der Übung ist für den Werfer wichtig, dass er den Ball nicht zu hoch, nicht zu weit und nicht zu fest wirft. Das heißt, den Abstand richtig einschätzt. Und für den Fänger ist es wichtig, zum richtigen Moment loszulaufen und den Ball sicher zu fangen. Beim Ballfangen ohne Sicht ist darauf zu achten, dass das richtige Ballmaterial verwendet wird. Zum Beispiel leichte Elefantenhautbälle oder weiche, übergroße Volleybälle. Alle nicht benutzten Bälle sollten in einem Sammelbehälter aufbewahrt werden. Außerdem ist darauf zu achten, dass zwischen den Gruppen ausreichend Abstand gehalten wird und dass vorher klare Signale vereinbart werden. Bei der Übung ist es am einfachsten, wenn ich mit kleinem Abstand beginne und trotzdem den Ball weit und hoch vor den Fänger werfe, sodass da die Möglichkeit besteht, den Ball lange zu sehen und den Ball dann einfach zu erlaufen, um ihn sicher zu fangen. Erst im Verlauf der Übung erhöhe ich dann den Abstand und werfe dann etwas flacher oder etwas näher an den Mann. Das ist die Übung Ballfangen ohne Sicht. Weitere Videos für einen sicheren und abwechslungsreichen Sportunterricht finden Sie auf www.schulportal-hessen.de unter dem Suchwort Ballsport oder auf unserem YouTube-Kanal youtube.com slash unfallkassehessen www.schulportal-hessen.de